Beim letzten Mal in Tales of Arise Merkt ihr's? Merkt ihr's langsam selber, ja? Dankeschön. Jetzt muss man nur noch auf den Moment warten, wo sie sich's endlich beide eingestehen. Und nun zurück zur Rebellion. Tja, und damit herzlich willkommen zurück in Tales of Arise. Wir stehen hier am Lager in Calaglia. Und ja, wir haben beim letzten Mal ein bisschen dafür gesorgt, dass hier wieder Nahrungsversorgung ist. Und allgemein ganz viel über Nahrung gesprochen. Und ganz viel gekocht. Und Sharon hat ganz viel gefuttert. Deswegen sind wir jetzt eigentlich auch fit, uns um diesen Sügel zu kümmern, den Nave uns beauftragt hat. Als Zeitquest. Ich möchte aber vorher mal mit dem Händler hier sprechen. Haben wir Zeug zum Verkaufen? Ja, jede Menge. Einmal weg damit bitte. Und dann haben wir doch bestimmt auch Rüstungen, die wir verkaufen können. Ja, genau so ist das. Jede Menge. Gut. Ähm... Was sagt denn eigentlich der Bauernhof? Dann lasst uns mal neues Vieh aufziehen. Gut. Hätten wir das auch. Waffenschmieden, ha? Haben wir da irgendwas, was uns deutlich weiterbringt? Nicht wirklich, ne? Was bräuchten wir denn hier? Eine Eisenpfeife. Und, ah... Haufen Stufe 6-Items, ha? An denen mangelt es uns ein bisschen. Verstehe ich schon. Wenn ich das Gewehr... Uh, das ist aber deutlich stärker und das könnten wir uns erlauben. Ja, machen wir. Ja, auch. Wenn das geht, dann nehme ich das gerne mit. Das können wir gut gebrauchen, alles. Okay. Äh... Zubehör herstellen. Wäre ja eigentlich mal ganz interessant. Ich bin nämlich der Meinung, wir könnten uns... Also Licht-Dunkel-Schaden ist schon ganz richtig. Äh... Sonst irgendwas Interessantes? Nö. Also Licht-Dunkel-Schaden können wir auf jeden Fall gebrauchen. Wir haben aber nur einmal eine Masse, wo wir da was Sinnvolles mit anfangen können. Aber haben wir nicht Zeug, was wir vielleicht aufrüsten könnten? Ach so, ne. Verteidigung. Ähm, Zubehör aufwerten. Ne, wir haben kein Zubehör zum Aufwerten. Hm. Ah. Ist auch nur Rang 1. Hm. Orte HP kosten minus 20 Prozent, ha? Hm. Das wäre eigentlich auch was für Shion. Ah. 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 5 Prozent Krp nach Besiegen eines Gegners wiederherstellen. Also es gibt ja schon ein paar witzige Sachen, ne? Aber... Äh... Mich ärgert es, dass ich keine besseren Alexandriten herstellen kann. Da müsste ich erstmal Worte und so Fertigkeiten übertragen. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Wir haben ja Alexandrite. Wieso hat er denn noch einen Opal? Hm. Verteidigung plus 20 Dunkelschaden plus 15 Elementarangriff plus 60. Hm. Hm. Nee. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. so richtig scheint mir das nichts zu bringen. Wir gucken mal, dass wir zu dem Zügel kommen, der uns da beauftragt wurde. Und sammeln auf dem Weg dahin ja mal noch ein bisschen Kram ein. Aber ich glaube, mit den wilden Zügeln hier brauchen wir uns nicht auseinandersetzen. Die stellen nun wirklich kein Problem mehr da. So, hier können wir jetzt durch. Ja, deswegen nehmen wir es mal auseinander. Und so. Würde ich auch sagen. Deswegen machen wir uns einen Speicherstand. Ich bin nämlich auch nicht so sicher. Wir haben ja bei Sidequests schon Zügel erlebt, die heftig unterwegs waren. 53, ne? Das könnte knapp werden. So, was haben wir denn hier? Okay, hier müssen wir mit Erde angreifen. Oder? Nee. Mit Feuer. Da können wir doch was machen. Oder? Oder auch nicht. Hm. 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 Na toll. Gut. Okay, dann kann ich da eher nichts machen. Ähm. Na, warte mal. Der castet jetzt erstmal. Da werden wir gleich mal Rhinvel drauf schicken. Und auf den Schwachpunkt gehen. Eieieieieiei, was ist denn jetzt? Alter, geht er vorwärts. Nee, Alter. Das war's jetzt. Ich lass es jetzt laufen. Ey, ihr wollt mich doch total verarschen. Mh. Sag mal. Wird denn Dualim langsam mal drauf gehen, oder? Das gibt's doch überhaupt nicht. Ja, also. So. Jetzt werden wir das Spiel nochmal laden. Ist ja gut. Und, ja. Wir werden uns mal was ausdenken. Ähm. Hm. Eigentlich müssten wir's schaffen. Wir müssten stark genug sein, aber... Wir müssen halt dafür sorgen... Ähm. Dass wir heilen können weiterhin. Das war jetzt, äh... Bullshit. Ihr wollt hier sitzen? Nö, ich will nur zum Händler. Obwohl. Ähm. Ach, nö. Passt schon. Äh. Ich hätt gern. Jetzt hätt ich ihn gern. Ananasgelee ist eigentlich, gell. Vier davon. Fünf davon. Vier davon. Und hier von fünf, wenn geht. Und dann hätt ich gern noch zwei Tränke des Lebens. Und was haben wir denn hier? Traubengelee, hä? Na, da nehmen wir uns mal noch drei mit. Gut. Jetzt probieren wir's noch mal. Ich will den jetzt down haben. Ich will den jetzt down haben. Solange wir noch heilen konnten, lief's ja ganz gut. Aber was wir auch machen können, ha ha, 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 warte mal. Ähm, der macht... Wind? Was machte der für'n Schaden? Wind, er hat, gell? Glaub ich. Oder was? Nee, Feuer, Wasser war der. Ja, dann werden wir hier. Und hier. Und hier. Und auch Rynwell bekommt nen Granat. Das sieht jetzt nämlich schon ganz anders aus. Das hätt' man gleich machen können. Ich depp. So. Jetzt aber. So, jetzt klappt's auch bei Rynwell noch, lustigerweise. Ich bin hier. Ich bin hier. Das wird auch wohl klappen jetzt hier. Wir sind ja besser vorbereitet und wir wissen halbwegs, was hier kommt. Oh! Schöner die Beziehung Attack time I'll bring you back some damage You're mine Cut Mirage Resistation Rotation Annihilation Explosive ring Being interrupted Attack it Webast your energy Can't get out of this Illuminate the doctor Hold on to your eyes Here I am You picked a wrong fight A chain covering 100% You get the gift Take this Sleep now No escape Get out of there with the other Rending you apart Let me show you what your mind can do Come Runwell hol dir mal den Zauber Blood May a thousand Gail scare you to try Resurrection Gucky nails One more Shrine Gail Simping Glacial Fear 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 Can't move Don't forget Mindfall Mindfall I'm From beyond In the end is vanquished Do the blow Sususcitation Siren's flame Reload I'll heal you all Can't get out of this Deny Helo Resonate with the earth I'll bring you back Next to the bit You're mine Move Anymore This and I'll burn out So Jetzt hier Ananasgelee Damit's weitergeht Her Oh come Das ging aber beim letzten Mal besser Obwohl ich jetzt weniger Schaden nehmen sollte von Wasser Papier's nicht What are friends for We can't depend on one another You're right Now bear that in mind Ticket Let's get Let's get Let's get Let's get Allow me to help you Deal for You're mine Why Hey Hurricane Magic is there Don't you play If you get to Die I'm ready I won't stop Catapult Ticket The flame inside Not on my watch To be let free May a thousand gales tear you to try Not today Illusive DNA Now While it's reeling Take it down I'm not sure Leave the target to me Eagle ray Try this Light after a wave You're mine Here I come Here I come Take it down No further A chain between heaven and earth Here I come Man 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 Execution Last one shot Eat this The live mine Take this Now Mega ray Here I come Vanquish darkness Burning strike Execution Come Come Da geht noch was Da geht noch was Da geht noch was I'm in your debt Da geht noch was Then tonight's meal is on you I owe you a few Keep going What's your link Burning strike You're on the shot Renuminate the dark You're on the shot Regeneration Only glimmer Take this Not on my watch Regeneration Regeneration You pick the wrong fight Regeneration Here I come Let us take to the place Okay jetzt sorgen Mars mal dafür dass weiter geheilt werden kann Und dann gehen wir in die zweite Hälfte Und dann gehen wir in die zweite Hälfte Die zweite Hälfte Und dann gehen wir in die zweite Hälfte Und dann gehen wir in die zweite Hälfte Das war's. Boah, jetzt haut er mich schon wieder um. Oh, hat er mich jetzt gewonhitted? Ooooooh. Das war's. Du bist. Burn it. Here, let me help. Free Lancer. Ehrthrust. Amount. The power of play. Herd Malevolent. Arm dance to the Shatter. Nice, I'll escape. Get out of here with the others. Ready and rip. Wow, hey, one at a time. You're on. You pay for that. When you air drop this. Armour won't save you. It doesn't take me. But I'm going to... It's about the strike. Look up everyone. Burnwell schafft einfach keinen Boost-Brecher mehr jetzt in dieser zweiten Phase. Was aber meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn ergibt. Ich seh keinen Grund dafür, warum das so ist. Celestial Hammer. You are annihilation. It's it. Celestial Hammer. Aber ich schaff's teilweise auch nicht mehr. Was eigentlich völliger Bullshit ist. Explosion. From beyond. In view this vanquished soul with life. This one's mine has came between heaven and earth. Resuscitation. Far enough. A wailing dance will be a lightning. Not done yet. Sweet now. Healing is not coming. No one shall break this night. Death wall. It's so far. They can be a pistol beat. You're finished. It's time to finish this. Yeah, hau mal raus Schion. Consuming Wildfire. Let me show you what my Ark can do. Raising Captain. I can carve through one. Regenerate. Here I come. Here I come. Here come. It's over. Here I come. No escape. You're finished. I won't stop now. I think left of you. Bestow thy mystic mercy. Here we come. chunky. You're out there. Allow me to help you. Take this. Burning. Pink. Divine. стали. Blood. Take this. What did you say? This incredible power. I'll smash you. Haa. Burn it out. Hard me. You're in water. None for us to go. None let's go. Raus here. Underneath it. Drauf here. and ready raus here. Der war jetzt so schnell, da konnte keiner reagieren, ey. Ja, mach mal. Der war jetzt so schnell, da konnte keiner reagieren, ey. Ah, scheiße, ich bin viel zu weit weg, Mist. All mine can do is cause Havoc and Destruction. Tornado drive! Anything in normal is all mine! No, you can't end here! Alter! Das ist echt irre. Hoffentlich lohnt sich das. Alter! Hm. Hm. Alter! Wir gehen gleich drauf! Vergiss es, Alter! Ja, ja! Mann! So ein Bullshit! Ich will den aber jetzt down haben, ist mir scheißegal. Ich weiß, dass es langfristig quasi ein Fehler ist, aber... Das ist mir wurscht. Okay. Ich hab's dich, habe ich den Temmeln. Ja, ich hab' das nicht in den Herzen. Ja, ich hab' das nicht in den Herzen. Ach. Oh, wie geht's das? Oh, wie geht's das? Das ist, ist. Dich, ich hab' das. Tазывag'n, nicht weg. Ich hab' das Luftgeist. Oh, ich hab' das. Du, was geht's. Das ist, äh. Dich, ich hab' das Luftgeist. Ah, hoffentlich bringt das was. Ja, nicht so wirklich, ne? Ja, wir haben einen kleinen Moment Ruhe, dass Shion mich wiederholen kann. Ja, nicht so wirklich, ne? Ah, da kommt, da fehlt auch nicht mehr viel. Noch 27.000 KP, das kriegen wir doch auf die Reihe. Oh, warte mal, warte mal, wir haben hier ein ganz großes Problem. Ähm, aha, äh, wir geben mal nebenbei Dohalim das Traubengelee, damit er nicht drauf geht. Ja, ja, nee, äh, warte mal. Und ich hätte gern jetzt, äh, Kisara drin und ich hätte gern, hm, packe ich Dohalim raus? Ich glaube nicht. Nee, das bleibt erstmal so, aber das ist immer erstmal für einen kleinen Moment sicher. Oh, ich weiß auch, was hier mein großes Problem ist. Ähm, das habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ja, Kisara geht natürlich direkt drauf, das habe ich mir gedacht. Hm, okay, jetzt holt er mich erstmal wieder, das ist okay. Und jetzt sollte er bitte, oh, scheiße, nee, von wegen. Trank des Lebens Shion. Und Trank des Lebens auf Dohalim. Und wir holen jetzt Rünvel wieder rein, das hat nämlich besser funktioniert wie als Kisara. Gut, okay, jetzt werden wir den letzten Rest noch irgendwie auf die Reihe kriegen. Oh, alter! Gut, okay, jetzt bin ich jetzt in der Tatooine. Ich scheiße, ich stehe Fleisch aus. Und hier bin ich, was weiß ich mit dem? Ich bin nicht, ich höre. Rennstieg, ich bin bei der Tatooine. Ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin. Ich bin nicht, ich bin. Ich bin nicht, ich bin. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Toll, ich wurde doch gerade geheilt. Wieso gehe ich denn da down? Das war ein Bullshit. Ich vergiss es. Kann ich noch mal? Ne, kann ich nicht. Ich kann schon wieder keine HP mehr auffüllen. Ich könnte aber alle mal zurückholen quasi. Das sollte dann reichen. Okay, sehr schön. Komm schon, jetzt fehlt doch wirklich nichts mehr. Komm, 3000. Nicht auf meiner Seite. Nichts wird von mir. Radiant? Hier. Oh, sparkler, starke Licht. Na, endlich. Verdammte Scheiße. Und hoffentlich hat sich das gelohnt. Was macht eine Lieder in einem Ort wie dieser? Wie weiß ich es? Ich wüsste, dass Zugo es versucht hat. Still, somebody must have left it for some... Best in. Law. Huh? What's up? Something up? It's from my old man. My dear son. I wonder how things will be between us by the time you read this. In any case, I first want to congratulate you on all that you've accomplished. Making it this far requires a strong body, fine technique, an unwavering spirit, and most of all, friends that you can count on. If you have all of that, then I, as your father, have nothing to worry about, those things together will always keep you on the right path. That brings me to what I really wish to discuss with you. As with all of us, there will someday come a time when you'll be a grown man who can, and must, think and act for himself. Whether you'll live in a world where blood will no longer be spilled between Danans and Rennans, or when that day arrives, nobody can say. But even if peace still eludes us, then, you'll have to decide how to live in this world. Listen to others with an open heart, but don't be swept away by their words. Always live on your terms. One more thing. If I ever see you again, I hope to say this to you in person, but neither of us knows what tomorrow may bring. Know this. Whatever you think of me, and what I've done, your mother and I love you very, very much. And there's nothing in this whole world that will ever, ever change that. Your father, Zephyr. Zephyr. I... I can't believe he's only telling me all this after he's gone. What am I supposed to do with this? Zephyr once told me that living freely meant being your own master. I think he wanted to make sure you know how he felt one way or another. What you do with that knowledge is up to you. But that still doesn't explain why his father left that letter for him here, of all places. Don't forget. We were led to this place. We may well get some answers if we go back to the source of all this. Mm-hmm. 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 Und wir haben noch mal eine Astralblume bekommen. Mm-hmm. Mm-hmm. Alter Schwede. Meine Fresse war das ein Kampf. Aber das hat sich zumindest von den Erfahrungspunkten her halbwegs gelohnt. Und ja, jetzt müssen wir mal sehen, dass wir in der nächsten Folge zurückkehren und mal gucken, ob wir noch ein bisschen mehr über diesen Brief herausfinden und ob das alles so ein bisschen geplant war. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Ich bin jetzt erst mal raus hier. Bis dahin, haut rein!